Hallo liebe Antenne Münster-Hörer, hier ist Thomas Godoy und hier live aus Jofel, Münster. Live bei Steffi Stefan und seiner Hausband. Das war ein fantastischer Abend für mich und ich komme gerne wieder. Und das war mir eine Ehre. Auf bald. Ja, dass wir was finden, war für uns von vornherein klarer Münster. Und wir nehmen es uns raus, ein bisschen mehr von dieser Welt zu sehen. Hey! Oh ja. Und dann es werden wieder Helden gesucht. Die und... Oh ja. Oh ja. Und dann es werden wieder Helden gesucht. Und dann es werden wieder Helden gesucht. Und dann es werden wieder Helden gesucht. Vielen Dank.